Sehr geehrte Damen und Herren, zum Ebola-Nachweis gibt die Pharmafirma Roche vor, einen Schnelltest entwickelt zu haben und drängt nun auf dessen Zulassung. Jedem Laien, aber auch fachkundige Mediziner stellt sich die Frage, wie verlässlich und aussagekräftig sind denn solche Virusschnelltests überhaupt? Kann damit ein Virus eindeutig nachgewiesen werden? Mit dieser Frage begrüßen wir Sie zu unserem Medienkommentar. Ebola-Virus, Fakt oder Fake? Dr. Klaus Köhnlein, Autor des Buches Viruswahn, vergleicht die moderne Virusforschung mit dem Yeti-Mythos. Dr. Köhnlein schreibt wörtlich, Bei beiden, das meint Virusforschung und Yeti-Mythos, wird die Existenz von etwas behauptet, das nie jemand wirklich gesehen hat. Krankmachende Viren auf der einen und eine affenähnliche Kreatur, die zwei bis drei Meter groß und 200 Kilogramm schwer sein soll, auf der anderen Seite. Genau wie bei Bigfoot, wo die Beschreibung von 43 cm langen Fußabdrücken als indirekter Existenzbeleg herhalten muss, so müssen auch in der Virusforschung indirekte Hinweise als Ersatz für echte Aufnahmen mit kompletter Erbsubstanz und Virushülle herhalten. Bakterien und Pilze können bereits in einem klassischen Lichtmikroskop gesehen werden. An dem direkten Nachweis eines Virus scheitert jedoch sogar die Elektronenmikroskopie. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daher die Virusforschung weg vom direkten Virusnachweis. Dies veranlasste 14 renommierte Virologen der älteren Garde dazu, einen Appell zu unanfechtbarer Seriosität an die junge, technikverspielte Forschergeneration zu richten, der 2001 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde. Dieser Appell blieb aber ganz offensichtlich ungehört, wie Dr. Köhnlein es am Beispiel des Schweinegrippe-Virus im Jahr 2009 veranschaulicht. Die Info-Flyer der deutschen Bundesregierung enthalten nämlich Fotos, die angeblich eine elektronenmikroskopische Aufnahme des neuen Influenza-Virus A, H1N1, darstellen sollen. Der Flyer nennt aber keine Quellennachweise und, selbst vom Verfasser des Flyers, dem Robert-Koch-Institut, ist nicht zu erfahren, welcher wissenschaftlichen Publikation das Foto entnommen sein soll. Ist es nun um den Nachweis der Ebola-Viren besser bestellt? Michael Leitner, Medizinjournalist, schreibt dazu. Die Frage ist doch zunächst nicht, wo Ebola entstand oder gegebenenfalls produziert wurde, sondern ob es echte Nachweise für Ebola-Viren gibt. Ich habe einen solchen nicht gefunden. Michael Leitner zieht als Fazit. Das ist das Schema, mit dem heute Krankheiten verbreitet werden. Sämtliche Epidemien aus den ganz großen Schlagzeilen sind Testepidemien. Da verbreitet sich kein neues Virus, sondern ein Virustest, der angeblich eine schrecklich gefährliche Krankheit nachweist. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen, dass diese Gegenstimmen hilfreich für Sie waren und wünschen Ihnen einen guten Abend. Als ich die Kilometer zum Vorfeld sehr überschneide habe, wenn Sie die Kilometer über die Flambe yes, dann schere ich das Ausgabe an. Sie zuerst die Flambe aus. Das ist das Schmabe nicht. In der Seite können Sie ein wenig zuerst und die Flambe aus. Wenn Sie das auf Deutsch sch�רen, Vielen Dank.